Willkommen, die Rotarier freuen sich sehr, dass es uns gelungen ist mit Holger Hagedorn, die Puhlheimer und weit über Puhlheim hinaus, kennt man sie, weiß, dass sie sehr viel künstlerisch tätig sind mit jungen Menschen und wir freuen uns sehr, dass wir sie gewinnen konnten, dass sie hier im Lochpark ein Projekt machen mit jungen Menschen hier aus der Stadt, mit Schülern von der Realschule, Hauptschule, Gymnasium, von den Jugendeinrichtungen Pogo hier in Puhlheim und ich bin auch ganz dankbar, dass die Freunde vom Rotarier Club dieses Projekt unterstützen. Das ist ja immer so, ne, Puhlheim, wir sind ja ein Club, da sind ja nicht nur Puhlheimer drin, aber dieses Projekt hat große Zustimmung gefunden und ich glaube, die Arbeit mit Jugendlichen hier im Park wird auch für den Park nochmal eine enorme Aufwertung bedeuten.